Klopapier braucht jeder Na kack, im Wald, also die Sonne ist noch gar nicht so tief, aber hier im Wald mit den ganzen Bergen ist schon der Dunkel Na, was, ähm Es ist okay, keep it up, keep at it Ähm, was Es ist okay, keep it up, keep at it Was genau macht der denn da mit seinem Kopf im, da bei dem anderen, da Okay Die Leute im Wald wissen wohl, wie man Spaß hat Ist das irgendwie so zusammengeglitscht? Ich meine, die, also soll das so sein? Ich meine, also Ist das superlich so entstanden, dass die beiden in diesen Positionen zusammenhängen oder ist das Hat sich irgendwer in Korea gedacht? Das ist schon Black Desert, man starrt immer wieder Nur kurz für meine persönliche Sammlung Und Korr winkt auch noch Guck mal, die beiden da Ich wünsche euch alles Gute Wenn sie glücklich zusammen sind Und der andere hat von der Seite immer mit dem Hammer drauf Was macht denn der Typ mit dem Hammer daneben? Und der andere hat von der Seite immer wieder Und der andere hat von der Seite immer wieder Man kann wieder... Abmahnen. Hier müssen wir nochmal im hellen Sonnenschein herkommen. Ich glaube, das ganze Ausmaß sieht man gar nicht so gut bei den Lichtverhältnissen. Aber für mich hat der Typ da seinen Kopf in den besten Teilen von dem anderen Typen. Aber wenn das auf freiwilliger Basis von beiden Seiten abläuft, dann ist ja eigentlich alles okay. Und der mit der Fackel rennt dann wohl. Ja, ja, ja. Hm. Dinge, die man nie sehen wollte. Wieso habe ich davon noch nie irgendwo was gesehen, gelesen, gehört? Ich habe im Forum... Ich meine, es ist noch nie jemandem, der hier vorbeikommen ist, aufgefallen, dass... so rennt der mit seiner Fackel auch noch da drunter. Ja, ja, ich weiß ja, ja, ja! Oh Gott! Da kommt noch einer mit der Fackel ein. Yay! Also ich habe davon noch nie irgendwas gehört, noch keinen Screenshot gesehen, keinen Menschen, der da mal irgendwas zu gesagt hätte. Ist das... Das sieht wie eine neue Sexposition aus. Na, ich glaube, die Positionen haben schon mal ab und zu irgendwelche Leute irgendwo auf der Welt... Das ist nicht neu. Aber ich... Also... Was man im Wald so alles findet. Ja, also man... Also hier werden wir definitiv noch mal herkommen, wenn die Sonne mal höher steht. Ah, Mann, schon wieder so eine Belästigungseule. Lass mich doch in Ruhe. Also ich weiß, wir spielen Black Desert seit Anfang an und von dem Ort habe ich noch nie irgendwo was gehört. Ist das noch nie jemandem aufgefallen, wie eigenartig das so aussieht? Ha, ha! Ha, ha! Können wir fast einen Heiler draus machen. Äh, ja. Aber wie gesagt, jeder, wie er will. Und hier im Wald, da scherzt ja eh kein...